So, ähm, 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 shit, wieder einen Vordergrund holen, so, mir fällt nur gerade was ein, ich muss nochmal ganz kurz nach Hause, ich brauch Glasflaschen, der spuckt doch wieder, der Heinz. Und das will ich haben. So, und gibt's eventuell Parachute, oder wie viel das Ding heißt, so ein Fallschirm, nee, gibt's einen Kleider, nee, okay, back, äh, wir reparieren nochmal ganz kurz die Rüstung. Sicher ist sicher. So, die hat ja doch ganz schön eingesteckt hier. So, äh, das da hin, genau. Backpack. Stopp. Ich geh komplett auf Nummer sicher. Den lass ich hier. Genau. Ja, Darko kann den Slashbackbefehl auch nutzen, äh, der ist hier Standard drinne. So, nachladen. 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 Ab geht da. Ah, guck mal, ob wir den geklatscht kriegen hier. Ich liebe die Sniper. Genau, her damit. Her mit deiner Suppe. Oh, Drache, hör auf, ich lade nach. He, 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 hab dich abgeschossen. Kann ich den da oben abschießen? Nee. Hä? Hä, warum kann ich den nicht hit, ne? Jetzt. Hä? 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 Der hielt sich halt wieder. Ich muss die Dinger erstmal kaputt machen. Geh weg. Kann ich da durchschießen? Natürlich nicht. Geh mal weg. Hör auf. Eins, zwei Team werden mit Weinbein eigentlich richtig geil gewesen. Äh, zwei müssten das noch sein, die ich Broke machen muss. Wow. Nein! Hör mal auf! Jetzt muss ich durch die... Ja, ich muss durch die Brühe. Hör mal auf! Lass mich erst mal die Dinger kaputt machen. Hör mal. Ja, auf dem größten Turm ist noch eins. Willst du mich verarschen? Drache, ich lade nach. Nichts machen. Alter, du Arsch! Da ist auch noch eins oben drauf. Hör mal auf! Wache, ich lade nach. Ist das kaputt? Es ist kaputt. Es ist kaputt. Ja, toll. Warum habe ich da die Dinger mitgenommen? Drache, ich lade nach. Lass dich doch mal... Hallo? Was ist denn eine Hitbox? Wow, Waiting for Service. Willst du mich verarschen? Drache, hör auf! Oh, gut, hier. Hallo? Schon wieder Waiting for Server, hä? Der spuckt doch nur die ganze Zeit. Au! Au! Sag mal! Schieße ich dich halt die ganze Zeit ab? Ist mir auch egal. Oh, lade nach, Drache. Pistil. Hüpp! Wow. Ne, da schieße ich immer so. Kommst du wieder runter? Ja, so lässt sich der Drache natürlich auch leicht besiegen hier, ne? Ach, komm. Müsst du immerhin schon mal zur Hälfte downen. Nice! Ich hätte vielleicht doch die Minigun mitnehmen sollen. Shit. Alter, wenn jetzt wieder Waiting for Server steht, ne? Es steht halt einfach wieder Waiting for Server. Hör mal auf! Darko, wenn du zuguckst, ich lese gleich deine Nachricht. Au! Nein! Pfui, ich schmecke nicht. Drache, ich lade nach. Hüpp! Scheiße! Drache, ich lade nach! Au! Komm! Einer auf! Yeah! Nice! Nice, nice, nice! Äh, da ist das Ei. Äh... Fackeln habe ich zum Glück dabei. Bounce! Yeah! Das kann erstmal weg. Das, das... Äh... Das kann raus. Wollen wir mal gucken. Äh... Hier. Erlebnis... 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 Oh, wir müssen noch einen beschwören. Und dann ein anderes Portal suchen. Erlebnis... enderperlen, okay, yeah am spawnen müssen jetzt tatsächlich die ganzen xp noch liegen, müssen wir gleich mal hingehen da müssen wir doch mal hingehen, da ist es geht Ihr macht fleißig weiter, Bienchen. Das ist schön. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein anderes Gate suchen. Das Hammer, ja. Wir müssen aber nichtsdestotrotz da nochmal rein ins Erweiter. Ich habe 69 Level. Ich verzaubere jetzt meine Waffen, die ich hier habe. Sag mal, Drachenkorb habe ich keinen. Difficult. 157. Ja. Kein Wunder, dass die Mobs so stark sind. Die werden jetzt erstmal alle verzaubert. Das kommt alles raus. Das kommt da rein. Die Torches behalten wir am Inventar. Das kommt da hin. Die bleiben. Das kommt alles jetzt erst einmal raus. Das Brot kann drinne bleiben. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Das Animal Book kommt tatsächlich dort hin. Stopp. Eisen da hin. Die da hin. Das da hin. Der Zombie hat der wird gleich... Ne, den verkaufen wir noch nicht. Ähm. Papier, Bücher erstmal alles da rein. So, Endstone. Wo schmeißt man dich denn rein? Da rein. Das da, dann brauchen wir das. Ja. Ja, nee, nee. Das behalten wir mal. Das behalten wir mal. Das behalten wir mal. Das behalten wir mal. Kann ich die Dinger nicht so machen? Nö. Schade. Okay, die will ich alle verzaubern. Brauche ich die Bazooka eigentlich? Eigentlich nicht. Adzater. Overcapac... Alles klar. Firestarter. Leichtgewicht. 25 Damage. Holy shit. Ich habe immer noch so viele XP. Ich brauche unbedingt Advanced Bullets. Die machen wir aus Brass, Iron und Gunpowder. Jetzt gehst du hier mal Sag mal. Äh... Eisen. Brass und Gunpowder. Jetzt machen wir mal gucken. Ähm... Wie viel kriege ich denn nochmal raus? Achte. Okay. So. 1, 2, 3, 4. So. Weg da. So. So. Mal wieder 48 Schuss. Das gefällt mir. Ja. Ähm... Ähm... Mh, 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 mh... Ja. Ich habe immer noch 57 Level. Ich muss die unbedingt loswerden. Wenn ich verrecke... Ja. Bin ich am Arsch. Oh. Ich muss es so machen. So. Ähm... Overcapacity. Overcup hat sie 2, da hat er 3 drauf. Ich würde tatsächlich auf die Piste versuchen, das noch zu schmeißen. Passt. Das passt ja alles. Nein, Essen nicht verzaubern bitte. Firestarter Protection 3, ok. Aha, 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 power 3, ok. Ich weiß nicht, was im vorliegen ist. Ist das eine Vanilla Verzauberung? Äh, das brauche ich hier tatsächlich alles gar nicht mehr. So. Das dahin. Enderperl. Na, hallo? Enderperl. Enderperl muss ich noch craften. Ich kann 2 Stück machen. Äh, wie war das? So. So. Und so glaube. Nein. Ah, Gunpowder. Ok. 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 Ach, komm. Scheiße. Scheiße. Wo ist denn hier unser Cola-Hands? Nein. 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 Gluck, gluck, gluck. Nö. Hier. Du auch? Nö. Aber du? Ja. Nein. Nein. Du wolltest auch noch welche haben. Okay. Okay, das war's. Das war's. Jetzt fehlt Redstone. So, dann machen wir nochmal ein neues Stück. Nice. So. Äh, jetzt hab ich die Möhren noch. Ach, die wollte ich auch wegtraden. Egal. Äh, das gibt Viere. Wir nehmen jetzt das Essen mit. Ich gebe halt auch massig Hungerkeulen. Äh, eins, zwei, drei, vier, zwei, vier, fünf. So. So, genau. Dann mach ich kurz mein Käffchen auf. Dann geht's gleich weiter. So. Da ist das heute mal ein Stream ohne Darko. Muss er sein Nikolaus Geschenk morgen oder übermorgen auspacken. Äh, quest-technisch, äh, das Buch kann ich tatsächlich erst mal hier drin lassen. Das brauchen wir momentan aktuell überhaupt nicht. Wie viele Home-Punkte kann man eigentlich setzen? Okay, ich könnte tatsächlich noch einsetzen. Da setze ich mir noch einen im, äh, äh, End im erweiterten. Da setze ich mir noch einen im erweiterten End. Ehm, da machen wir jetzt das erweiterten End, ähm, fertig. Also looten da ein bisschen wat. Und dann, ja, quest-technisch. Hat sich ja noch nichts weiter getan. Hier ist nichts dazu gekommen. Hier ist nichts dazu gekommen Hier Another one, dann müssen wir einen zweiten Drachen klatschen, hier müssen wir ein zweites Portal finden Weil die kann man ja sowieso nicht machen, tun Craften, wie auch immer Ja Genau Und dann werden wir auf jeden Fall noch die Tierquest machen müssen, die Reihe Die wird halt am beschissensten werden, weil ich fast nur am rumrennen bin In der Hoffnung ich krieg das gebacken Oder die machen wir im nächsten Stream dann Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit Weil Darko muss die halt auch noch machen Und jetzt will ich mal gucken Gibt's hier unten Haie Ne, auch nicht Also Schildkröten, Haie Das wird richtig schwer werden Hummingbirds Müsste noch tatsächlich recht easy werden Denn Blumenbeet zu finden ist recht einfach Delfin Gib mir mal bitte Speed Danke Wow Das war's mit dem Speed Nicht einsammeln Danke Das Schöne ist Spawn ja keine Endermänner im End Ob Schalkerboxes spawnen? Das ist jetzt die Frage Die werden doch so geschrieben, oder? Man kann das craften Leute, dann sind die auch disabled Da können wir das Aber ich dachte, er hat ja total abloten Geil Das ist einfach nur mal Baba-mäßig Das freut mich ja Ich finde diese Zahnrad-Mod Übelst geil Mal gucken, ob es noch mehr Mod-Packs mit der gibt So Da ist ein Eingang zum End Wir nehmen den zweiten Eingang Bounce Hier lang Und geradeaus war das Glaube Ne Da Ich hab da irgendwas gehört So Dann brauchen wir das ja auch nicht mehr Hui Lade Ränder 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 Bitte 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 Ränder 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 Ich kann mich aktuell auch nicht bewegen Jetzt Oh Gott Wo war das Schneeböbelteil Da hinten Ich muss auf jeden Fall Gastrain farmen Noch mehr Enderperlen herstellen Damit wir noch mal einen Drachen beschwören können Das müssen wir alles noch mal machen Mach vorsichtig Das wird knapp werden Das wird tatsächlich knapp werden Hier Ah, wobei Passt Äh, einmal hier Einmal hier zubauen Tatsächlich Nein, nein Oh, 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 oh Eik Äh, mal mit der Ruhe Ah, lol Das war schon die Quest Okay regnet auf mich herab meine kurs früchte was ist das denn holy shit ich hoffe die sind friedlich ich hoffe mal dass die friedlich sind so wie viel haben wir denn drei kurs flower und der rest früchte das passt da ist der ender drache gewesen ich würde am liebsten jetzt mal so ein fisch abknallen guck mal was passiert einfach gar nichts lol sorry ich muss gerade passanten jetzt machen beziehungsweise bildchen für thumbnails so dann suchen wir jetzt noch hier eine festung das wird ein spaß werden ich will so ein viecher haben als begleiter kommt mal her kann ich euch anklicken guck mal ich habe essen für dich oh man die hauen ab man das ist fies ich will so ein tier als begleiter haben die könnten sie tatsächlich auch in vanilla einfügen die tierchen weil die sind ja komplett passiv die machen ja gar nichts die kannst du nicht töten und nix die sind voll cool boah ich mag die irgendwie die haben irgendwas an sich die sind voll cool ich mag diese tierchen zum glück habe ich genug kabel mitgenommen da werde ich nochmal los kannst du mal bitte ein bisschen schneller rennen das wäre gut um zu sehen ob da was drauf ist hier hinten war ja auch noch irgendwo eine boah ich will mich jetzt nicht die ganze zeit rüber stacken das mit den enderperlen mache ich nicht dass ich mich da die ganze zeit mit enderperlen versuche rüber zu porten ich kenne mein glück ich lande im void und komme nicht mal an mein zeug nee nee so verrückt bin ich dann nicht aber wir haben zum glück die map die uns hilft ich muss da rüber es geht nicht anders es geht leider nicht anders ja ja da kommt ein Stückchen noch 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 auch mehr gleich drüben hier easy so festung zeig dich jetzt Jetzt. Oder hat er die Festung ausgeschalten? Wenn ich mich jetzt hier umsonst aufhalte. Stundenlang. Dann schieße ich mit einem Rocket Launcher irgendwo sinnlos ein Loch in den Boden. Okay. Was ist das denn? Was sind denn das? Wir Schniedelwürmer. Oh, bist du putzig. Gucke mal. Ist du das? Lol. Lol. Ich habe neue Haustiere. Oh cool, ich will sowas haben. Stopp mal. Ja, ich habe hier doch was. Was? Kommt mal mit, ihr kleines Scheiße. Du hoch. So. Komm. Onkel kommt auch noch mit. So. Oh cool. Oh, die sind ja fetzig. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich die Pokébälle noch habe. Im Übrigen, die kosten nicht viel. Nur der Pokéball, äh, die Pokéball-Kanäne, äh, alles klar, Kanone kostet mich einen Granatwerfer. Oh, da sind noch mehr von denen. Lass dich mal töten, ne? Ich will mal gucken, was du droppst. Jetzt. Es tut mir leid, aber du musst für Versuchszwecke sterben. Da, komm mal. Scheiß Knockback. Hat der was gedroppt? Nö, schade. Auch schade. Boah, die Tiere sollen sie alle einführen in Vanilla. Da wird das End ja, oder das erweiterte End, ey, das wird ja dann mal so geil werden. Boah, cool. Und ich glaube, der hat, ne, Lost Cities. Ich muss so ein Ding finden können. Sag mal, jetzt mal so ganz kurz nebenbei, ja, Mikro's an. Och Gott, ich dachte schon. Da haben wir's. Da ist eins. Mit Boot, bitte, mit Boot, 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 bitte, 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 mit Boot. Ui, ist die fett. Aber die hat kein Schiff dran. Scheiße. Oh, scheiße. Was? Nein. Was ist das denn? Ich, 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 ich kann die nicht hinten. Ähm. Das ist fies. Ähm. Ähm. Ja. Gut. Das ist scheißen. Schießt ihr euch mal gegenseitig ab. Hey, was frisst denn da die ganze Zeit? Muss mein ganze Kabel storten? Die Biester fressen meinen Kabel storten. Die fressen meinen Inventarplatz. Was? Alter. Wie. Du willst mich verarschen. Wie viel Leben haben die? Ich fang euch ein zur Not, ist mir dann auch egal Ich fang euch zur Not ein Ah, okay Jetzt fliege ich hier die ganze Zeit durch die Gegend, ernsthaft Ach komm, lass mich doch in Ruhe, ey Ist hier drüben noch eine? Dürfte eigentlich nicht sein Nice So Mäh Wieso bin ich ganz oben? Mäh Moment, Moment, Moment Nicht mit mir, no Hier, nein Nicht abschießen Nein, nein Böse, böse Die schießen nicht gegen Leute, die schießen nicht gegen seinen Schab Nein Nein, 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 nein Wie kommt ein Ike jetzt hier wieder raus? Ja. Oh, hier ist ja noch einer. Meiner. Oh, ist das geil. Ich hoffe, ihr seht mich nicht. Hier sind halt irgendwie so komische Slime-Dinger drin. Ich muss irgendwie versuchen, jetzt runterzukommen, ohne zu sterben. Ach komm, hast du mir schon wieder... Was klauen die mir denn die ganze Zeit? Das würde mich halt mal interessieren. Äh, nein. Jetzt reicht's mir. Boah, ist mir grad scheißegal hier. Solange diese hässigen Slime-Dinger da oben bleiben. So. Was haben die mir denn jetzt alles geklaut immer? Mir fehlt doch 100%. Irgendwas fehlt mir doch. Haben die ne Bullets geklaut? Boah, ich hoffe mal nicht. Ähm, nein. Ich würde gerne in diese Richtung rennen wollen. Tschüss. Ich schicke euch eine Postkarte. Bleib mir bloß vorm Heiz, ihr hässliches Slime-Dinger. Ist ja nicht mehr feierlich. Aber wer ist noch ein Stück KW? Das steht fest. Jetzt hab ich keine... ...Blöcke mehr. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Also, Schalker-Boxen sind tatsächlich an. Okay. Das ist eine große Insel. Aber will ich da rüber? Eigentlich nicht. Aber ich brauch noch so ein Bolt. Ich will einen Drachenkorb haben. Jetzt werde ich beinahe mit Sprint... Äh, beinahe mal jetzt Sprint da rüber gesprungen. Äh, ne. Ist das schon wieder bei Zeit für ein Päuschen? Äh, da ist auch so ein Baby-Knuffel. Boah, ihr seht von vorne aus, als ob ihr... Ich spreche es nicht aus. Das spreche ich tatsächlich mal nicht aus. Sag mal... Nö, ich will da rüber. Ich will jetzt eiskalt da rüber. Nö. Nö. Na, komm. Oh, Kabelstones-Kletzern. Scheiße. Boah, die Scheißerle hier, ey. Die sind knurrig. Es ist gut, meiner Tochter würde das als Kuscheltier auch richtig geil gefallen. Also... Ja, die kriegt vom Weihnachtsmann aber andere. Die ist ja momentan total Kuscheltier-Fun-Art. Vor allem wenn es Sonic-Kuscheltiere sind. So, nächste Festung... ...bitte mit Schiff. Da werde ich mir aber erstmal ein Waypoint setzen und mich nach Hause tippen. Weil ich tatsächlich Steine brauche. Und ich muss gegen diese komischen Slimes Vorbereitung treffen. Ich hätte da oben noch weiter rennen können, tatsächlich. Aber ich bin jetzt in diese Richtung. Also gehen wir hier auch weiter. Oh, der tut der Arschweh vom Sitzen. Ich weiß, das will keiner wissen. Ich sag's trotzdem. Wir versuchen mal unser Glück. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Wow. Das und das weg. Genau. Ich will einfach nur noch eine Festung mit einem Boot haben. Dann werde ich hier wieder komplett raus. Ich will nämlich eine Elytra und einen Drachenkopf haben. Was ist mit meinem Handy los? Nix. Alles gut. Kein Bock, dass meine Ex anruft. Irgendwie, 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 genau. Ist hier nix mehr los. Irgendwie, irgendwo. Sag mal. Der hat mich berührt. Komm doch mal her. Ich hab da noch. Hab ich noch Pokebälle? Ich hab keine Pokebälle mehr. Scheiße. Wie craftet man euch nochmal? Lapis, Eisen, Gold und Lasso. Ja, ich, ich, ich brauch noch mehr Pokebälle. Ich will so ein Ding einfangen. Ah, die fliegen ja durch Blöcke. Die kann ich nicht einsperren. Scheiße. Na toll. Na toll, wenn ich ihn einsperren kann. Reicht das schon? Ne. Ich kenn mein Glück. Bei der Entfernung werfe ich noch daneben. Hui. Okay. Festung. Zeig dich. Ich. Da. Kannst du bitte ein bisschen mehr rendern, dass ich sehe, ob da ein Schiff ist? Das wär geil. Komm, renn da doch mal. Das sieht mir nämlich ganz nach einem Schiff aus. Und dann muss ich da hin. Wie gesagt, vorher schnell eh mehr. Ich nehm nur ein bisschen was mit. Ich lasse tatsächlich den Backpack dann mal zu Hause. Es ist ein Schiff. Geil. Und beim Schiff kommt man einfach so drauf. Das deck ich mich tatsächlich jetzt schnell hoch. Scheiß auf die Festung. Ich will in das Schiff. Und da wir Stau sind, bauen wir uns direkt von unten rein. Hä? Was war denn das? Irgendwas hat mich zur Seite geschubst. Ich höre es. Nicht die Schalkerbox. Dieser hässigen Schleimviecher. Die sind runter. Okay. 22,19. Muss ich mir jetzt merken. Okay, das war auch wieder. Anscheinend war das auch wieder eine Quest. Ah, okay. So, jetzt muss ich mir nachher nur noch den Drachenkorb holen. Das war ja auch noch den Drachenkorb holen. So. Äh, Drachenkorb war ja hier oben. Nein. Ach, scheiß drauf. Und ganz schnell weg. So. Scheiß Caps Lock. Willst du mich verarschen? Mann. Ich hasse Caps Lock. Wer wäre es, was die mir gerade gemobst haben. Auf jeden Fall. Die kommt erst mal da rein. Oh, mir tut der Hintern so weh. Wir gucken mal ganz kurz. Welche Quests haben wir denn? Die haben wir. Die haben wir. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, ich mach ein kurzes Bräustchen und bin gleich wieder da. Rockstar, dance until I drop. My life is just hard in my home is the club. My stage is the dance, your party never stops.